Und bist du gerne ein Gangster? London in den 60er Jahren. Jeder hatte irgendeine Geschichte über die Crays. Sie waren Zwillinge. Findest du, dass wir jetzt ähnlich sehen? Reggie war der Gangsterprinz des East End. Ron Cray war eine Ein-Mann-Mafia. Ihr Bruder ist brutal und paranoid schizophren. Mit anderen Worten, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warte, nein. Nein, 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 nein. Ihre Zeit war gekommen und die Crays wurden zur Gangsterlegende. In Zukunft wird London das Las Vegas von Europa sein. Wir brauchen einen, der repräsentiert und einen, der zuschlägt. Alles salute. Kommen Sie nach Philadelphia und wenn Sie wollen, besorgen wir Ihnen ein Mädchen. Ich bevorzuge Jungs. Italiener, gar noch mal Griechen, aber ich habe keine Vorurteile. Wer das zugibt, hat echt Eier, mein Junge. Ich und mein Bruder, wir werden London beherrschen. Du könntest ehrlich werden. Das Leben ist nicht immer so, wie wir es wollen. Die Lage ist völlig außer Kontrolle und wir haben es wohl auch mit der amerikanischen Mafia zu tun. Und was genau gedenken Sie zu tun? Wir schnappen uns die Crays. Was dagegen, wenn ich mich wehre? Verbrechen ist ein Geschäft. Du willst keinen Krieg. Doch, will ich schon. Hört ihr doch zu, du bist verrückt! Du hast mich gehauen. Ja. Was ist das? Ich wollte ja eigentlich eine anständige Schießerei. Eine Schießerei? Ja, es ist eine Schießerei! Wie im Western. Ihr Bruder ist eine Ticken der Zeitbombe. Sie müssen etwas wegen Ron unternehmen. Das kann ich nicht tun. Er ist mein Bruder.